Hi ihr Lieben, heute erzähle ich euch den Unterschied zwischen den Invisible Tapes und den Premium Tapes. Die Invisible Tapes sind mit Haaren besteckt, das heißt sie sind nochmal viel unsichtbarer und lassen sich nochmal leichter ins feine Haar integrieren als unsere Premium Tapes. Unsere Premium Tapes haben zum Vergleich zu den Invisible Tapes nämlich ein schmales Band. Bei besonders feinem Haar fällt das jedoch auf, weshalb die Invisible Tapes eine sehr gute Lösung sind. Dadurch, dass das Haar wie aus dem Tape herauswächst, hat man nochmal ein eigenes Ansatzvolumen, obwohl man das sozusagen selbst gar nicht hat. Die Invisible Tapes kann man besonders gut rund ums Decker einsetzen oder auch um die Konturen. Ebenso ist es auch nicht nötig, eine komplette Verlängerung mit den Invisible Tapes zu setzen, sondern man kann sie einfach entgegenkleben. Sprich, die normalen Tapes mit den Invisible Tapes kann man so entgegenkleben, man hat also hier die normalen Tapes, hier die Invisible, man kann sich das sozusagen so reinkleben. Das heißt, das Invisible ist außen und fällt nochmal weniger auf. Ebenso kann man das auch um die Kontur machen, nur andersherum, dass wenn man sich einen Zopf macht, dass das Invisible außen ist.